Hallo und herzlich Willkommen zurück zu The Last Campfire. Ja, in der letzten Folge war es doch dann ziemlich lange und wir haben gesagt, wir schauen dann nochmal. Also ich habe nur zwei Möglichkeiten, ehrlich gesagt, aktuell. Wir können rechts nochmal gucken oder wir können hier nochmal gucken, was wir damit eigentlich machen können. Wobei ich einen kleinen Gedankenfehler hatte, aber das bringt uns auch nichts letzten Endes. Also wir müssen in die linke Kammer und wir müssen in die obere Kammer. Ich denke, die linke Kammer wäre das nächste, wo wir hin müssten. Äh, das hat keine Verbindung nach unten. Ah, Moment! Ah! Ich sehe aber gerade was anderes. Äh, jetzt muss ich mal eben schauen. Moment, die muss ich runterholen. Die. Was habe ich gerade gedacht? Das hier rein. Nach links. Naja, aber das funktioniert nicht. Leuchtet immer nur das linke? Weil dann wäre es natürlich einfach. Dann müssten wir jetzt eigentlich nur das Teil da rein kriegen. Oh, Nina. Das dürfte jetzt hier links sein, oder? Also ich weiß jetzt nicht genau, welche Plattform was ist. Ähm. Ne, jetzt sind wir hier. Hä? Wieso sind wir jetzt hier? Ich bin verwirrt. Jetzt sind wir hier. Waren wir da jetzt schon drin? Oh Gott. Wir müssen dann nach oben. Ähm. Oder sehe ich jetzt hier irgendwas falsch? Oh, ich bin jetzt hier gerade total verwirrt. Moment. Ich bin... Also wir haben zwei gehabt. Wir haben angefangen mit einer Platte, die drin war. Mit der sind wir dann unten hier hingekommen, glaube ich. Dann haben wir eine zweite Platte bekommen. Dann sind wir, meine ich, nach oben gekommen. Und durch die dritte Platte sind wir doch nach rechts unten gekommen, oder nicht? Oder müssen wir nach rechts? Moment, dann hätte ich noch eine andere Option, die wir machen könnten. Oh, Moment. Hä? Hä? Okay. Okay. Ja, hier wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Aber okay. Jetzt müssen wir nochmal versuchen, logisch nachzuvollziehen. Also, ich meine, aber ich bin ziemlich sicher, dass wir hier links noch gar nicht drin waren. Oder... Oder... Moment. Oder ist das jetzt, dass wir jetzt geradeaus nach oben können und uns nicht verlaufen? Weil ich glaube, da haben wir uns ja letztes Mal verlaufen, oder? Können wir nochmal kurz nachgucken. Ne, das war die Sache. Okay. Dann waren wir hier doch schon mal drin. Bei dem. Das heißt, dann müssten wir... Ich meine, oben, das haben wir noch nicht gemacht, das ist klar. Aber das unten rechts, das hatten wir doch schon, oder? Ich muss nochmal eben schauen. Äh, wie kam ich da jetzt rein? Im Endeffekt... Damit, ne? So. Aber wie komme ich da jetzt hin? Da müsste ich dann theoretisch von da aus hinkommen. Oder sehe ich das falsch? Ich sehe es gerade falsch. Ja, ist gut, ist gut. Kommen wir da zurück. Ich meine nämlich, da konnten wir nämlich nicht rumlaufen, weil die Verbindung nach hier fehlte. Aber... Moment, wo sind wir jetzt? Hier? Das ist wieder der Anfang. Jetzt bin ich gerade ein bisschen... Nee, ja, ich habe weder die falsche gedrückt. Ich weiß, ich weiß. Und das, obwohl extra noch das Ding nach oben da drin steht. So, jetzt schauen wir mal. Ist auch wieder falsch, ne? War klar. Ja, ist ja gut. Ach, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt alles geschafft habe, aber das letzte nicht. Streng genommen. Das verbindet die drei da oben. Das verbindet die drei da oben. Ähm... Ach so, Moment, theoretisch? Nee. Doch, theoretisch? Nicht theoretisch. Ähm... Hm. Wir müssen... Also, sie hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass jetzt nur noch eine übrig bleibt. Das heißt, wir waren rein theoretisch schon in allen... Gut, hier unten sind wir ja eigentlich, dieses komische Stonehenge-Ding, glaube ich. Dann waren wir schon in allen vier Kammern, wenn ich das richtig verstehe. Da oben waren wir ja auch drin. Obwohl ich eigentlich gedacht habe, das wäre das, wo wir jetzt zuletzt drin gewesen wären. Aber ich gucke da jetzt nochmal eben nach. Doch, das ist... Da kommen wir doch schon wieder in die Kammer dann rein. Wieso kommen wir da mit beiden rein? Das verstehe ich jetzt nicht. Hm. Weil... Da sind wir reingekommen, als wir das linke ausgewählt... Oder waren beide ausgewählt. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Was ist denn, wenn wir jetzt hier zurückgehen? Kommen wir hier wieder ganz raus. Haben wir mit dem schon gesprochen? Ja, doch, mit der hat man schon gesprochen. Von wegen ist es meine Schuld. Ja, ja. Hm. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich stehe jetzt hier ein bisschen auf dem Schlauch. Das können wir nicht woanders hin bewegen. Aber das ist ja eigentlich okay. Da oben sind wir eben wieder rausgeworfen worden. Warum sind wir da eigentlich rausgeworfen worden? Weil das dann die rechte Kammer unten ist, oder wie? Also wir gehen durch dieses Tor. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine vierte Platte. Wir brauchen auf jeden Fall eine vierte Platte. Ich habe auch keine Möglichkeit... Ich habe keine Möglichkeit, von unten daran zu kommen. Das hatten wir ja schon mal gemacht, aber da kommen wir dann nirgendwo hin. Oder, Moment, oder kommen wir dann von der rechten Platte dahin. Das wäre dann da. Jetzt ist das hier rechts offen. War das vorher auch? Ich bin schon total verwirrt jetzt irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich probiere es jetzt nochmal hier durch. Was natürlich nicht geht. Das war so klar. Ich kann das zwar runterschieben, aber das bringt uns nichts, denke ich mal. Bedeutet das dann eventuell, dass wir hier rechts rumgehen können? Auch nicht. Ja, ist gut. Gut, ich bin schon genervt, Mann. Das kann doch nicht sein. Ich stehe hier irgendwo auf dem Schlauch. Das weiß ich hundertprozentig. Ich stehe hier irgendwo auf dem Schlauch. Hier kommen wir nicht rum, weil es keine Verbindung zum Tor gibt. Nee, hier kommen wir jetzt plötzlich rum. Hä? Jetzt verstehe ich tatsächlich nichts mehr. Das feierliche Ende. Hier rechts, da kommen wir wahrscheinlich auch über so einen Weg hin. Den haben wir aber noch nicht gefunden. Und hier kann ich immer noch nichts machen. Hat sich da irgendwas in der Kammer verändert? Vermutlich nicht, oder? Da können wir nur die gleichen Sachen machen. Da ist immer noch die Feder, die er mir nicht abgeben will. Obwohl, Moment, kann ich... Ah, warte mal. Kann ich die Feder vielleicht mit dem Köcher oder sowas machen? Aber nee, dann fragt der mich ja, ne? Das kann man ja nicht auswählen. Hm. Da bleibt mir tatsächlich nichts anderes übrig. Ich hatte jetzt gedacht, dass ich eventuell die Lösung finden könnte. Hier bringt uns das auch nichts mehr, nach rechts und links zu gehen. Da bleibt uns, oder beziehungsweise mir gerade, nichts anderes übrig, als tatsächlich nochmal weiterlaufen zu lassen. Nochmal ein bisschen hin und her probieren. Oder ein bisschen viel besser gesagt hin und her probieren. Ich meine, nur die linke Kammer können wir ja auch hin, indem wir das Ganze verschieben. Die Frage ist halt nur, bringt uns das was? Weil die war ja auch schon mit markiert, ne? Die war ja... Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Moment, so. Rein, nimm das mit. Achso, das ging... Ja, das ging nicht wegen dem... Ja. Das ist auch was, was ich nicht verstehe. Weil wir gehen ja eindeutig durch diese Steine unten hier links rein. Gleichzeitig ist es aber nicht das Tor, was verbunden ist. Also irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie ist es sehr unlogisch, finde ich. Gehst du da jetzt rein? So, die hatten wir auch schon. Das war ja irgendwie hier rechts, glaube ich, ne? Konnten wir dann da hoch? Oder war das da rechts? Oder ich weiß es nicht mehr. Oben war es offenbar nicht. Ja, ja. Ist gut. Da wahrscheinlich dann auch nicht. Natürlich nicht. Und hier können wir trotz allem dann wieder raus, ne? Ach nein, das war die Kammer. Ah, ja, ja. Okay. Aber hier können wir auch nichts mehr machen. Können wir... Können wir den Stein vielleicht mitnehmen oder so, dass wir irgendwo hin können? Ne, aber... Die hatten wir dann definitiv auch schon, ja. Ja, ich versuche es trotzdem nochmal, dass ich nochmal alle irgendwie durchgehe, um zu gucken, wie wir wohin kommen. Und ich lasse dann die Kamera mitlaufen. Und, ja. Hoffe mal, dass ich... Weil mir fehlt eigentlich ein Teil. Ohne dieses Teil komme ich einfach nicht nach oben. Da gibt es keine Verbindung. Weil dieses... Ähm... Dieser Quer... Äh, dieses Quer-Ding hier. Das funktioniert halt so nicht. Der kriegt ja keine Verbindung. Der kriegt nur Verbindung nach oben. Aber dann ist das nach unten abgeschlossen. Ähm... Den kann man auch nirgendwo dazwischen setzen. Den könnte man höchstens hier hinsetzen. Aber dann kann ich keine Verbindung mit den anderen beiden da reinsetzen. Äh... Ja. Was ich aber machen muss. Und ich muss halt eben noch eine Platte haben. Und diese Platte finde ich nicht. Wie wir schon beim nächsten... Beim letzten Mal gemerkt haben. Die muss aber irgendwo in dem Bereich sein. Und das ist das, was ich gerade so überhaupt nicht verstehe. Deswegen... Da waren wir schon mal drin. Okay. Deswegen, ich probiere nochmal so ein bisschen rum, wie wir wohin können. Lass es mitlaufen. Und, ja, schneid euch dann gleich dazu, wenn ich was gefunden habe. Es muss ja irgendwie... Irgendwie muss das ja funktionieren. Nein! Nein, nein. Oh, ich bin so selten dämlich. Und ich habe euch auch gar nicht weggeschnitten. Ich bin so selten dämlich. Jetzt gehen wir nochmal kurz hier durch. Ne, es ist nicht hier. Es ist wahrscheinlich woanders. Ja, ist okay. Ist okay. Dann versuche ich es von woanders aus. Oder funktioniert das jetzt nicht, weil ich die Verbindung nicht habe? Aber das ist doch blau am Leuchten. Jetzt sind wir hier das erste Mal durch, oder? Ne, jetzt sind wir wieder hier. Hä? Ach nee, das ist jetzt aber nicht euer Ernst. Also, jetzt verstehe ich wirklich nichts mehr. Ja, ist ja gut. Aber hier waren wir doch schon. Äh. Aber hier waren wir noch nicht. Hä? Amber felt a great relief to be out of the mist. Okay. Also, die Logik kann ich so überhaupt nicht nachvollziehen. Bin ich ganz ehrlich? Das ist ja mal geil. Da kann, achso, da kann ich nicht drüber springen, ja. Ähm. Das ist ja lustig. Ich mag das da so durchzulaufen. Das ist eine Rutschbahn. Achso. Amber didn't mind getting muddy. The slide was such fun. Oh, es hat ihm Spaß gemacht. Hier ist so schön. So, das ist klar. Das ist dann die Abkürzung. Das heißt, wir können... Oh, hallo Schweinchen. Schweinefüße in der Luft. Ah. Ja, mehr nicht, oder was? Kann ich das nicht aufwecken? Das ist geil. Was ist das hier? Ich hau dich gleich, du. Okay, das funktioniert nicht. Ähm, okay. Jetzt stehen wir vor dem nächsten Rätsel. Ah, Moment. Ja, hat die Hunger? Und jetzt ist sie vergiftet, oder? Hätte ich da irgendwas machen müssen? Ja, ja, ja. Ist hier irgendwo Feuer oder so, dass wir die brennen lassen können vielleicht? Aber so schnell? Was haben wir denn? Geh doch mal da rein. Vielleicht Kitzel mit der Feder oder so? Ich hab keine Ahnung. Moment, ich schau hier hinten nochmal kurz nach. Da ist ja... Ah, nee, da kamen wir nur von der Rutsche, ne? Hm. Wobei wir jetzt streng genommen... Ich denke mal, dass wir hier tatsächlich weitergehen müssen. Streng genommen haben wir hier vorne jetzt noch nicht geguckt. Was da jetzt eigentlich ist. Brauchen wir auch nicht, weil da ist Geröll. Okay. Ja, direkt vor deiner Nase. Kann man mit dem reden? Nee. Na gut. Also da scheinen wir dann auch nicht weiterzukommen. Okay. Aber wir wissen zumindest schon mal, warum wir nicht weiterkommen. Das ist ja auch irgendwie ein Fortschritt. Ich weiß nur nicht genau, was ich jetzt da machen muss. Also ich nehm das Ding mit, fütter die. Das ist okay. Ich dachte, dann verreckt die. Leider nicht. Aber die haben angezeigt, dass ich irgendwas machen kann. In der Zeit. So. Ja. Das ist toll. Ich kann hier aber nichts drücken. Hm. Das ist komisch. Das ist jetzt wirklich komisch. Ich will jetzt auch nicht die ganze Folge ausprobieren, was ich jetzt hier nicht machen kann. Also das funktioniert auch nicht. Das funktioniert auch nicht. Oder ich muss das wirklich schneller machen in dem Moment, dass ich dann die Feder benutze. Ich hab keine Ahnung. Der braucht nochmal so lange, bis der ins Menü reingeht, wenn man die Taste drückt. Das ist auch so blöd. Das war's offenbar nicht. Dann vielleicht mal mit dem Köcher probieren. Aber ich glaub auch nicht, dass das jetzt funktioniert. Hau hier doch einfach mit dem Köcher eins drüber. Mann. Ah. Das Schwein sollte ich wahrscheinlich verfüttern. Ah, warte mal. Oder wir müssen mir das Schwein vielleicht aufwecken. Mit diesen eklig riechenden Zeugs. Damit das Schwein dann so kopflos hier durch die Gegend läuft. Und die Pflanze dann komplett voll ist. Ah. Ja, geh weiter. Du, mach mir den Moonwalk. Noch ein Stückchen. Du bist in die falsche Richtung. Was? Weiter, weiter. Komm nochmal aus der Ecke raus. Genau. Nein, 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 nein. Du gehst schön da hoch. Schön da hoch gehen. Geh zur Pflanze. Geh zur Pflanze. Geh zur Pflanze. Wieso nimmt die die nicht? Wieso frisst die die nicht? Moment. Ich dachte, das Schwein rennt dann direkt wieder weg. Komm Schweinchen. Gutes Schweinchen. Komm her. Komm nach hier vorne. So. Jetzt füttert die nicht ernst auf die Pflanze. Ach so. Oh. Ja. Manchmal kann man sich drüber ärgern, etwas getan zu haben, was man nicht wollte. Um dann am Ende zu merken, dass das die Lösung war. Der Sumpf. Der Sumpf. Wir sind immer noch oder schon wieder im Sumpf. Was sind das denn für Dinger hier? Können wir nicht benutzen. Aber wir können die bewegen. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Jetzt muss ich nur noch die Teste finden. Ach nee. Ich muss ja gar nicht loslassen. Ich kann ja direkt den eine, das zweite machen. Äh. Nein. Das war jetzt sehr schön. Auch schön einfach. Ähm. Okay. Mal eben gucken. Da kann ich, glaube ich, nichts machen, ne? Na, ich meine, es ist ein Sumpf. Was erwartest du? Oha. Oha. Ich hab einen Fernseher. Möchtest du fernsehen? Oh, Moment. Ich glaube, der wird stand. Nee, das nicht. Nein, ich wollte es abstellen. Was jetzt? Okay. Dann frisst das hier. Fruchtigeres, okay. Okay. Hallo? Hallo, der zeigt mir doch den Punkt an. Wieso kann ich da nicht ran? Moment. Okay, ich weiß warum. Ich weiß, womit ich ihn füttern soll. Füttern wir ihn einfach damit. Ja, sei mal nicht so anspruchsvoll hier. Das wäre jetzt der Fernseher gewesen. Aber die nutzt ich nochmal, ne? Ja, ich weiß, was ich jetzt. Ja, ich weiß, wie ich auch. Was ist das? Ich weiß, was ich hier? Ja. 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 Nein, du sollst da rumlaufen. Ah, hier unten kamen wir nur hier hin. Hier kommen wir auch nicht weiter. Okay, mit der Kette können wir das Ganze dann später wieder abkürzen, also dass wir dann doch noch da hoch kommen. Können wir aber jetzt noch nicht. Ähm, da können wir noch rum. Mal schauen. Da können wir nicht rum, weil das blockiert ist. Äh, da rechts können wir noch runter. Oh Gott, das ist hier so groß. Hi. The ghost said, speak and I will listen. It looked long cold, but ready to be lit. This is the Hollow Marsh. Hier hope was consumed before it could flourish. You must not lose hope, or you too will turn forlorn. Ember thought of those they loved, those they'd left behind. There were others lost along their journey. Find them and I will guide them. Ach so, das war das so. Ja, das wollte ich ja eigentlich gar nicht machen. Ich wollte ja keine Hilfe haben. Ich habe ja noch so viel zu erkunden. So, hier kann ich runter. Oh, was ist das? Das kann ich nutzen, aber wofür? Ich muss mir hier hoch. Hier unten darf ich nichts sehen. Hier wäre es ja ein Blödsinn hochzugehen. Mann. Also, ich sehe gerade überhaupt nichts, selbst wenn ich den bewege, darf ich leider nichts sehen vom Bild her. So, dann hätten wir zwei übereinander, könnten wir machen. Was uns nichts bringt. Da bringt uns das auch nichts. Da bringt uns das ja nichts, ne? Aber ich kann es nicht hochstellen. Ach so, Moment. Ach, ich bin so doof. Na, jetzt sehe ich das erst mal. Ne, das andere. Ha. Und das alles wegen der Notiz, oder was? Oh. Ja, an dieser Stelle musste ich leider mal wieder einen Cut machen, weil die Folge wahnsinnig lang geworden ist mit über einer Stunde lang geworden ist, den Rest von diesen Rätsel sehen und das sehen wir dann in der nächsten Folge. Und das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.